Funkel-Quacker-Schweif-Raketen. Einmal mit Kölner-Kappe, blaue Kappe, rote Kappe. Wir drehen das Ganze mal um. Wollen wir mal die NEM kurz angucken. So, öffnen wir das Ganze mal. So, fangen wir an mit, welche Kappe willst du anfangen? Rote, ne? Können wir machen. Dann, let's go! Ja, Qualität Funk, würde ich sagen. So, und jetzt, goldene Kappe. Und die letzten drei auf Schlag. Schick, da ist blau da drin. Wow! Wow! So, jetzt dreimal auf Schlag. Ich hoffe, ich kriege es hin. Eins, zwei, drei. Gefallen mir sehr gut. 1 1 2 3 3 Vielen Dank.